Erster Redner ist Christian Probitz von der SPÖ. Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus. Nun, was erwarten sich die Österreicherinnen und Österreicher von der Politik? Ganz einfach die Antwort. Das, was wir fordern, die Politiker, wollen, dass wir das vorleben und das als gutes Beispiel auch nach außen geben. Und das Gleiche gilt natürlich beim sparsamen Wirtschaften. Das ist die Grundlage, das ist die Vorbildwirkung der Politik, die gefordert wird und erwartet wird. Und gerade in Zeiten, wo die Menschen mit dem Rücken an der Wand stehen, ist es wichtig, dieses Vorzuleben zu zeigen. Und die obersten Organe, die heute auch im Budget behandelt werden, sind die ersten, auf die wir zeigen müssen. Und der Bundeskanzler, die obersten Organe, insbesondere der Bundeskanzler und auch der Nationalratspräsident, sind diejenigen, wo hingeschaut wird und wo hingezeigt wird. Und ich möchte mit Ihrem Budget anfangen, Herr Bundeskanzler. Sie haben eine Steigerung von 8,1 Prozent oder 38,7 Millionen im Budget enthalten. Und Sie machen das eigentlich, was Ihr Vorgänger, Sebastian Kurz, gemacht hat. Der hat unverhältnismäßig hoch eigentlich die Kosten in seinem Kabinett erhöht, eigentlich aufgeblasen. Und Sie haben ungeniert diese aufgeblasenen Kosten übernommen, sogar erweitert. Das heißt, Ihr Budget ist so aufgeblasen worden, dass wir momentan eine Situation haben, dass das weit vorhergehende vom Vorgänger Sebastian Kurz bei weitem noch überschritten worden ist. Und ich denke, Sie wissen ja, was das bedeutet, wenn man 8,1 Prozent Steigerung hat in Zeiten, wo Menschen um die Existenz raufen, was haben Sie gemacht? Sie haben auch dann noch zusätzlich dazu einen Vollprofi eingesetzt, der Herr Streiter, der die Schäden der Vergangenheit erledigen soll. Der soll die Schäden, die die Frau Gabi-Schwarz gemacht hat oder vielleicht im Untersuchungsausschuss gemacht worden sein, kaschieren. Und Sie haben auch die Sink-Austria elegant zurückgezogen, aber im Umfeld sind weiterhin diese Mitarbeiter da. Herr Bundeskanzler, wir haben in Zeiten wie diesen, wo Menschen nicht wissen, ob sie eine warme Wohnung haben, ob sie die Fahrt zur Arbeit schaffen oder ob sie vielleicht was zu messen haben, wir haben derzeit bei Ihnen eine Position, dass 85.000 Euro täglich in Ihrem Kabinett für diese Aktivitäten ausgegeben werden. Ich finde, das ist nicht angemessen und das ist unfair und das ist unrichtig. Und Herr Bundeskanzler, diese Art der Politik ist genau das, was ich gesagt habe, nicht glaubwürdig, null glaubwürdig. Es ist nicht diese Vergangenheitsbewältigung, die Sie mit der türkisen Vergangenheit angesprochen und vorleben wollen. Im Gegenteil, Sie übernehmen die Handschrift von Sebastian Kurz und Sie machen das genauso wie er, Sie machen das weiter. Das verdienen die Österreicher und Österreicher nicht, wenn Sie an die Politik glauben, wo die Politiker Vorbild sein sollen. Und Herr Bundeskanzler, dieses Sittenbild der ÖVP geht aber weiter zu Ihrem Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, der für mich zwei krasse Fehler gemacht hat. Der eine Fehler ist der, er wurde zum neuen TikTok-Star, der jetzt süffelnd mit dem Wein durch die neue Dachterrasse des Parlaments geht und wo Menschen mir zu Recht sagen, das kann es ja nicht sein, dass im Endeffekt viele zu Hause nicht wissen, wie sie heizen sollen. Und der geht ja mit dem Wein spazieren. Und gleichsam hat er einen zweiten Fehler gemacht, und der ist heute schon vom Kollegen Kickl angesprochen worden, man einen vergoldeten Bösendorfer-Flügel zu kaufen. 36.000 Euro Miete, im Monat 3.000 Euro Miete bedeutet, drei Menschen mit Existenzsicherung, mit Mindestsicherung, mit 978 Euro, deren Existenzen sind so viel wert wie eine Monat Miete bei diesem Flügel. Und wissen Sie, was das bedeutet? Das ist das Bild nach außen. Das ist das Bild, das die ÖVP, insbesondere auch als Regierungspartner der Grünen, nach außen zeichnet. Und wir haben heute schon angesprochen worden, wir haben eine Mitgefühl-Krise, wir haben eine Empathie-Krise. Und wir haben im Endeffekt nur eine Möglichkeit, daraus zu kommen. Lassen Sie das Volk entscheiden, Herr Bundeskanzler. Lassen Sie das Volk darüber entscheiden, ob sich das gefallen lässt, und treten Sie auf die Seite. Danke sehr. Die Kosten im Budget seien aufgeblasen, sagt Christian Drobitz. Er fühlt sich an die Zeit von Sebastian Kurz erinnert.